Vielen Dank erstmal für das Erreichen vom Zwischenziel. Die Tausend sind geknackt. Unterstützung braucht es jetzt noch so ein bisschen bei der Wiedergabezeit. Und auch hier, die Prozentscheid darf natürlich auch gerne weiter sinken. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zurück zum Podcast. Zu unserem VfB Stuttgart. Heute haben wir Nachbericht zum Spiel in Augsburg. Und wir haben den Vorbericht zum Spiel gegen Gladbach. Ja, Auswärtstabellenführer. Wie hört sich das an? 1 zu 4 Sieg in Augsburg. Es scheinen einfach wirklich diese grünen Trikots. Die haben wir auch schon in Mainz 4 zu 1 gewonnen. Es sind diese grünen Trikots. Kann man sich mal überlegen, ob man auch mit Auswärtst oder Drittentrikot, wie auch immer, auch mal ein Heimspiel bestreiten will, wenn das überhaupt so möglich ist. Also Highlights. Zehnte Minute. 0 zu 1 González. 19. 0 zu 2 Silas. 46. 1 zu 2 Richter. 61. Tor zum 1 zu 3 Castro. 76. Nochmal Richter. Diesmal aber Gelb-Rot. Statt Tor und 87. Der Schlusspunkt. Tor zum 1 zu 4. Daniel Di Davi. Ja, der VfB fährt einfach eine weitere absolute Auswärtsparty. Ein überzeugender und reifer Sieg in Augsburg. Und auch einfach am Ende hoch und verdient. 1 zu 4. Wir haben ja wieder ein bockstarkes Auswärtsspiel gesehen diese Saison. Obwohl man in der ersten Halbzeit sagen muss, bin ich auch ganz ehrlich, da war Augsburg gar nicht so verkehrt. Die haben eigentlich wirklich ganz gut mitgespielt. Und waren halt vor allem über Ecken und Standards und so weiter gefährlich. Sie haben uns leider halt sehr in die Karten gespielt. Sie sind drauf wie das Messer und offensiv riskant. Und dadurch einfach Lücken, die wir halt nutzen konnten. Wo wir einfach unser Tempo sehr, sehr gut einsetzen konnten. Schnelles Umschaltspiel. Gute, lange, scharfe Bälle. Flügelspiel. Richtig stark. Elfmeter. 1 zu 0 durch Gonzalez. War jetzt kein wunderschönes Tor, ne? Weil es ist ja ein Elfmeter. Aber mal wieder gekonnt, eiskalt. Elfmeter kann man auch so pfeifen. Manche sagen vielleicht, es ist ein bisschen wenig gewesen. Aber den kann man auf jeden Fall pfeifen. Wie gesagt, Augsburg war ganz gut unterwegs eigentlich, fand ich. Zur Halbzeit ging es 2 zu 0. Was dann später stand, auch in Ordnung. War aber vielleicht sogar ein Türchen zu hoch. Weil eben die Standards, ne? Wir sind irgendwie noch nicht so ganz im Luftduell da. Die hatten auf jeden Fall ein, zwei Standards, wo sie gefährlich waren mit dem Kopfball. Und dann der eine Freistoß von Calicciuri. Wo ich eigentlich dachte, jo, das Ding ist doch viel zu weit weg. Und der jagt den fast rein. Kube ist sogar noch dran. Richtig stark gehalten mit den Fingerspitzen. Und dann noch ein Lattenkreuz. Dann, gerade schon angesprochen. Das 0 zu 2. Einfach genießen. Dieses Tor ist eins zum Genießen. Kämpf, Sosa, Silas. Ein 0 zu 2 aus dem Lehrbuch. Unsere jungen Wilden zeigen, was sie halt einfach fähig sind. So, was sie in der Lage sind. Ein traumhaftes Tor. Kämpf schlägt einen, wo man zuerst denkt, okay, Befreiungsschlag. Aber das ist eine Weltklasse, passt die Linie runter. Auf Sosa, der wieder einen seiner Sprints ansetzt. Und dann halt, ne, ich dachte zuerst, wo spielt denn der hin? Der ist doch eigentlich Gonzalez frei durch. Aber der wäre nie im Leben an so einen Ball rangekommen. Der war schon zu nah am Tor. Das weiß Sosa, sieht Sosa. Und die Ausburger abwärts wohl noch auch nicht ganz verstanden. Oder nicht ganz gewusst, was da jetzt für eine Idee kommt. Der spielt einfach in den Rückraum. Wunderschön rein. Silas hat komplett freie Laufbahn. Läuft rein, schiebt einen 0 zu 2. Wunderbar. Wunderbar. Richtig starkes Tor. Kann man in Dauerschleife gucken. Drei Stationen, zack, Tor. Wunderbar. Dann mal ein bisschen holpriger Start in der zweiten Halbzeit. Die Augsburger, wusste man schon vom Spiel, sind vor allem Schlussphasen stark. Schalke zum Beispiel, das Ausgleichsspiel. Am Ende ist unentschieden. Oder generell sind die in der zweiten Halbzeit stark. Kam auch direkt volle Karachau rein. 30 Sekunden gespielt. Und ja, auch ganz nett rausgespielt. Das Tor, 1 zu 2. Da aber wieder der alte VfB hätte sich in dieser Phase, in dieser hektischen Phase, mit einer relativ hohen Sicherheit, relativ hohen Wahrscheinlichkeit, das 2 zu 2 gefangen. 100 Prozent, dass es nicht passiert. Nicht passiert, weil wir einfach einen weiteren Reifeprozess erlebt haben in dem Spiel. Es war hektisch dringend und so weiter, aber die hat uns noch nie interessiert. Noch nie. Es ist faszinierend, wie ruhig wir uns aus solchen Situationen noch klären können. Paradebeispiels sind, ist zum Beispiel in Mangala, da jede Aktion und jede, selbst wenn er von fünf Leuten angelaufen wird, lässt er so locker aussehen, wie er dann da doch noch eine Lücke findet oder halt nicht unbedingt den Ball direkt verliert. Dann kam er zurück, Hektik ein bisschen wieder weg gewesen, ein bisschen ausgeklungen. Dann fällt das 3 zu 1 zu einem sehr guten Zeitpunkt von uns. González holt nach, ich meine es war ein Standard, vielleicht sogar eine Ecke, holt den Ball richtig stark noch gerade so vorm Aus. Gut Körper reingeschickt gegen Augsburger. Dann auch wieder überlegt, geguckt, gewartet. Wunderschöne Chipflanke auf langen Pfosten, wo dann Castro auch ganz alleine zuläuft. Und dann sogar noch Gieke, wenn es den Kieber von Augsburg tunnelt. Und dann steht das 1 zu 3. Wunderbares Tor und auch González, der war halt echt vollkommen in Ordnung, vollkommen gut unterwegs. Hatte ja so in den letzten Spielen, ja, ich will nicht sagen, dass ich ihn kritisiert habe, aber da war es schon ein bisschen schwierig, auch von der Einstellung her irgendwie. Da gab es auch wieder eine Szene, wo er sich wieder ein bisschen sehr einfach provozieren hat lassen. Aber fußballerische Leistung hat gestimmt, auf jeden Fall gegen Augsburg. Sehr schönes Ding gewesen. Dann kriegt er, wie gesagt, kriegt er innerhalb von drei Minuten ziemlich unnötig. Beides berechtigt die gelbe Karten, auf einmal das zweite Foul einfach so ein sinnloser Gehfehler am Mittelkreis gefühlt. Kriegt er gelb-rot und dann haben wir eine Viertelstunde grob auch noch ein Stück überzahlen. Dann war das Spiel mehr oder minder entschieden. Dann haben wir am Ende ein bisschen Chancenfucher. Das dürfen wir uns so auf jeden Fall nicht aneignen. Werden wir aber vermutlich auch nicht tun, weil am Ende du konntest dir das zum Glück leisten. Weil Augsburg hat nichts mehr nach vorne gebracht. Wir hatten Chancenfucher oder auf jeden Fall Aktionswucher. Wir hatten sehr viele Aktionen nach vorne. Eins ist noch gefallen. Nämlich von die Daviner 87. Das 1 zu 4. Schlusspunkt. Auch wieder nach einer schönen Vorarbeit, einer schönen Flanke von Anton. Was auch schön zu sehen war. Wir haben alle 5 Wechselmöglichkeiten. Hat er ausgeschöpft am Matarazzo. Und was eine schöne Szene war. 89 die Minute. Also der spielt nicht mehr lange. 1, 2 Minuten, 3 Minuten spielt er noch. Aber ein Clemens stand da, hat sich gefreut und gelächelt, dass er reinkommt. Wunderbar. Und auch. Ich sage jetzt, dass man es tun sollte oder sowas. Die Ausstellung gerade ist gut. Unser Motto. Never change a running team. Wird man auch nachher im Vorbericht zu Gladbach sehen bei mir. Aber die haben alle schon mal, glaube ich, gestartet. Oder, na, glaube doch nicht alle. Aber die kannst du alle starten lassen, die du gebracht hast. Förster, Didavi, Koulibaly, Kalajic, Klement. Alle 5 kannst du auch relativ problemlos, ohne irgendwie Angst zu haben, dass irgendwer jetzt irgendwie das Team von der Leistung herunterzieht, auch alle die Startelf packen. Und solche Leute kannst du alle von der Bank bringen. Auch einfach sehr, sehr schön zu sehen. Ja, wir gewinnen am Ende hochverdient mit 1 zu 4 in Augsburg. Auch schön. Es hat keine sportliche Auswirkung bisher, dieser interne Machtkampf zwischen Hitz und Vogt. Könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Mein Text dazu, beziehungsweise das Video dazu, dann den Podcast dazu. Mein Kommentar zu der ganzen Hitzesberger Aktion ist natürlich jetzt auch schon ein paar Tage her, der Kommentar. Der war in Silvester hochgeladen am 31.12., als das Thema noch komplett frisch war. Aber gerne nochmal reinlesen. Oder reinhören, wie auch immer. Tabellen-Situation, wir haben Augsburg überholt. Wir legen jetzt den 10. Platz. 21 Punkte aus 15 Spielen, absolut top. Vor allem sehr, sehr schön, sehr beachtlich ist das Torverhältnis. Positive Differenz von plus 8 Toren quasi. Das ist Platz 6 in der Liga, nur die Top 5 ist besser. Das heißt, im direkten Vergleich, wenn man ganz unten schaut, Schalke und so weiter, Mainz, wenn man jetzt wirklich auf die Abstiegsränge guckt, was ja immer unser Ding ist, weil ich jetzt nicht übertreiben will mit irgendwelchen Tabellenbildern oder irgendwie anderen Ansprüchen auf einmal. Wir wollen einfach drinbleiben. Und dann guckst du nach unten, die haben minus 24 Tore, minus 14 Tore, was weiß ich, minus 5 Tore oder auch irgendwie plus ein Tor oder sowas. Das ist gefühlt überall nochmal ein Punkt, den wir uns da zurechnen können, weil wir mit dem Torverhältnis ja trotzdem vor denen stehen. Das ist ja quasi so gesehen ein Punkt, wenn ihr versteht, was ich meine. Das könnte am Ende sehr, sehr wichtig sein, wenn wir das Torverhältnis so halten könnten. Wäre das sehr, sehr gut. Und generell 21 Punkte aus 15 Spielen, wie gesagt, es ist jetzt schon ein Ticken mehr als ein Drittel gespielt von der Saison. Und du hast halt zwei Drittel oder sowas von den Punkten geholt, die du brauchst. Ja, weil du wirst nicht großartig mehr als 33 Punkte oder sowas brauchen, um auf Platz 15 zu sein. Also da muss, wie gesagt, noch nichts wagen. Es kann auch alles noch komplett in die Hose gehen, aber da muss schon einiges passieren, denke ich, aktuell, weil es auch wirklich sein könnte, dass sowas wie Schalke, je nachdem, wie es weiterläuft, nach dem Hoffenheim-Spiel, klar, oder auch Mainz und sowas, dass es Klubs gibt, die nicht mal auf die 30 Punkte kommen. Und da haben wir jetzt schon aus 15 Spielen 21 einfach die paar Punkte noch holen gegen Bielewelt und so weiter. Dann könnte tatsächlich der Klassenerhalt mehr oder minder fix sein, schon weit vor Saisonende, was natürlich wunderschön wäre. Auch wunderschön, wir sind Tabellenführer in der Auswärtstabelle. 17 Punkte aus 8 Spielen. Dann, Main of the Match ist schwierig, weil es eigentlich über weite Strecken das gesamte Team einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Eine sehr solide Leistung im gesamten Team, auf dem gesamten Platz, in jedem Bereich. Aber nehmen wir auch dieses Mal einfach 5 Leute rein. Zack, Anton hat es in die 11. Spieltags der Sportshow geschafft. Wunderschön, hat es sich verdient. Sehr, sehr starker Rückhalt geworden. Am Anfang gar nicht so ein bisschen meine Zweifel noch. Hat ein paar kleinere Hängern drin gehabt im Spiel, aber sehr, sehr gut geworden, sehr, sehr wichtig geworden. Auch einfach wieder ein Bomben-Transfer, genauso wie Kobel und so weiter. González auch, gutes Spiel gemacht. Tor und Vorlage, top. Kempf, einfach wegen seinem Traumpass und auch sonst hinten solide gewesen. Und dann Vorbereiter Sosa noch, der auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Und Castro auch, der jetzt auch wieder als Torschützer sich eintragen durfte. Dann Tweets of the Match, wunderschön. Den unterstütze ich 100%. Ich würde den Pass von Kempf gern heiraten. Dann hier, genau das, gegen einen ekligen und destruktiven Gegner so hochintelligent zu spielen, ist ein weiterer Entwicklungsschritt. Und hier, unfassbar, habe ich auch sehr, sehr krass empfunden. Passgenauigkeit, wenn man irgendwie, glaube ich, über 60 Pässe im Spiel gemacht hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nur auf das Augsburg-Spiel geht oder ob das generell geht. Aber egal wie, Anton 95,7% Passgenauigkeit. Stenzel auch 95,6% Passgenauigkeit. Der läuft auch so ein bisschen unter dem Radar, weil er einfach, es soll gar nicht böse klingen, aber er ist einfach ein Durchschnittsspieler. Du weißt, was du von ihm bekommst, aber du bekommst es auch. Ähnlich wie Endo. Der liefert immer ähnlich gut ab. So, mal seinen Ausreißer nach oben, bis er noch keine großen Ausreißer nach unten. Und dann noch Kimmich, 94,7% auf Platz 3, so wie es aussieht. Also sehr, 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 sehr stark. Genau, Quellen zum Artikel oder Quellen zu diesem Podcast. Habt ihr auch wieder alle unten drin. Genau, gehen wir zu Gladbach. Und wie ich schon gefühlt jedes Mal dieses Ding hier wieder angefangen habe, immer mit der Frage, erster Heimsieg, Fragezeichen, wenn wir Heimspiele hatten. Hier auch wieder erster Heimsieg im Topspiel. Topspiel, weil Topspiel-Ansetzung rein vom Termin und so weiter, von Sky und wie auch immer, Bundesliga gelegt, ist das ja immer das Topspiel der Woche. Samstag 18,30 und diesen Spot haben wir diese Woche. Ja, diese Saison noch kein Heimspiel gewonnen. Betonung auf in der Liga gegen Leipzig, äh, Leipzig gegen Freiburg haben wir ja gewonnen im Pokal, ne. Jetzt mal gucken, klappt's am Samstag. Und auch auf neuem Rasen. Da wurde, wird neu verlegt, war auch bitter nötig nach den Spielen. Gegneranalyse. Gladbach, da kommt ein sehr, sehr starker Gegner. Sehr, sehr stark. Letztes Spiel vor allem auch, schön zu sehen. 3 zu 2, sie gegen die Bayern nach 0 zu 2 Rückstand. Richtig stark ein Weiterkommen in der Champions League. Und vor allem da auch sich fast das Leben ein bisschen schwer gemacht. Also die hätten auch das ein oder andere Spiel gewinnen können, statt Unentschieden und so weiter. Hätten sie es noch sicherer gehabt, als es dann am Ende war mit dem Weiterkommen. Aber sie sind weitergekommen in einer Gruppe mit Real Madrid, Inter Mailand und auch Schacht. Ja, Donners ist auch nicht komplett, ähm, zu unterschätzen. Im Achtelfinale dann wartet der gute Pep mit Manchester City. Mal gucken, was da so passiert. In der Liga, siebter Platz, ne. Das ist jetzt gerade keine Champions League-Quali. Da könntest du vielleicht nicht unbedingt 100% damit zufrieden sein. Da wird Champions League natürlich das Ziel sein, ganz sicher. Fehlen wird auf Gladbach weiter Thüram mit seiner Spuckattacke. Plea ist, glaube ich, auch noch angeschlagen. Aber könnte vielleicht klappen für Stuttgart, das ist noch unklar. Und haben einfach ein paar top, top Jungs. Vor allem gerade ein Spieler, der auch in den Medien ist, weil Ausstiegslausel, die Bayern-Trans, den Real Madrid-Trans und sowas, ist halt zum Beispiel Florian Neuhaus im Mittelfeld. Letzte Direktuelle, da kann ich leider diesmal nicht mit irgendwelchen Durststrecken kommen. Oder wir haben seit 15 Jahren da nicht mehr gewonnen. Weiß ich Gladbach einfach, das ist zu wechselnd, unsere Statistik in Heimspielen gegen Gladbach. Na, letzte zwei Heimspiele beide gewonnen. Einmal in der berühmt-berüchtigten Korko-Drückrunde 1-0 gewonnen. Ich meine, es war da Ginzik mit dem Tor. Und dann, oder Ginzik? Ich glaube schon, ja. Und dann das Letzte, bleibt noch ein bisschen mehr in Erinnerung, Donis 1-0. Das war das erste Spiel von Willig dann bei uns in der Abstiegskampf- und am Ende dann noch Abstiegssaison 18-19. Nachdem wir eine Woche davor, war ich ja auch live vor Ort, in Augsburg 6-0 verprügelt wurde. Und dann war es hier entlassen wurde. Der hat dann trotzdem, na gut, man hat uns auch dazu beigetragen, dass wir nicht direkt abgestiegen sind, sondern auf die Relegation gekommen sind, aber hat den Abstieg auch nicht mehr verändert, der Sieg. Aber letzten zwei Spiele zu Hause gewonnen. Und auch generell, 50 Heimspiele gegen Gladbach, davon 26 gewonnen. Gladbach hat 14 Mal gewonnen, der Rest sind unentschieden. Also, die positive Statistik haben wir da auf unserer Seite und die darf natürlich gerne weitergeführt werden. Ganz logisch. Tabellensituationen. Uns trennen drei Tabellenplätze sowie auch drei Punkte. Heißt, da wir aktuell um vier Tore besser sind in einer Torreferenz, könnten wir mit einem Sieg an Gladbach vorbeiziehen. Das wäre sehr, sehr krass. Gladbach könnte auch, die Fohlen könnten, wie sie ja auch genannt werden, könnten mit dem Sieg, natürlich vorausgesetzt, dass die über ihn natürlich nicht punkten. Könnten aber rein theoretisch bis auf Platz 5 springen und damit nochmal gut den Druck aufrechthalten oder Druck auf die Challenge-Seag-Plätze machen. Wir dürfen natürlich sehr, sehr gerne etwas gegen unseren Abstiegskampf in der Heimtabelle machen. Wir sind da auf Platz 16 in der Heimtabelle. Und Gladbach sind auswärts auf Platz 8. Also jetzt auch nicht unbedingt eine Auswärtsmacht oder so, aber auch nicht schlecht auswärts. Sind wir mal gespannt. Startelf-Tipp habe ich ja vorhin angekündigt. Und wieder beim Wolfsburg-Spiel 7 von 11 Spielern richtig gehabt. Das war, glaube ich, im letzten Mal auch schon so. Ich habe richtig stark gestartet. Das erste Spiel war, glaube ich, 11 von 11 richtig. Jetzt dann irgendwie zweimal 7 von 11. Da waren es aber quasi 8 von 11, weil Mangala hätte gespielt. Hat sich aber leider im Aufwärm damals verletzt gehabt. Ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Dann Tipp für die Startelf. Ganz klar nach dem Motto, wie gesagt, never change running system. Oder halt auf den Fußball bezogen. Never change winning team. Was vielleicht vorstellbar wäre für Füßes oder so. Ist ein Mafropanos für Stenzel. Ich glaube es aber irgendwie fast nicht, weil Stenzel einfach sehr solide spielt. In der Offensive auch. Da kann es sein, dass da vorne weiterhin Klimovic aufläuft. Nochmal, der hat auch kein schlechtes Spiel gemacht. Da fehlt mir nur bei ihm. Der hat Ansätze, der hat Technik. Der kann richtig gut kicken. Das wird noch ein richtig guter. Aber mir fehlt noch so ein bisschen der Ertrag am Ende. Immer noch so ein bisschen zu spät abgespielt. Oder nicht wirklich zwingend Abschluss. Und vielleicht, die Gladbacher haben jetzt auch, ich weiß nicht. Elvedi, Ginter, Benzebaini und sowas. Leiner, die sind, glaube ich, alle nicht so extrem groß. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht mit Kopfbällen, mit Flanken, vielleicht einen Mittel hast. Deswegen stelle ich da mal in meiner Startelf Kalajic rein, weil er einfach unser 2-Meter-Hühne ist. Genauso gut kann es aber auch sein, dieses Top-Elf-Ding, Top-Spiel-Ding, dass Koulibaly vorne rein darf. Der kam ja auch schon gegen Bayern und Dortmund von Beginn an in den Top-Spielen. Vielleicht gibt es ja da so ein kleines Muster. Prognose wird auf jeden Fall alles andere als einfach. Das sollte aber, glaube ich, klar sein. Aber wie gesagt, immerhin nicht wie noch gegen Freiburg im Pokal Leipzig in der Liga auf so einem Acker. Aber ein Naturrasen für rund 150.000 Euro wird seit Montag volllegt. Dem Sommer soll dann noch ein besserer Rasen kommen. Irgendwie so ein Hybridrasen. Das sollte eigentlich beiden Mannschaften auch gut tun, weil beide Mannschaften wollen ja wirklich Fußball spielen. Die haben Bock, die haben Tempo, die können kombinieren. Das wird ein Fußballspiel. Das wird kein Fußball zerstören von, was weiß ich, wie gesagt, bös gesagt, Fußball verhindern, wie es jetzt Schalke tun würde. Köln würde auch ein bisschen Augsburg. Also mal gucken. Wenn hier wirklich zwei spielerisch starke Mannschaften, die Bock auf Fußballspiel haben, aufeinandertreffen, wäre jetzt natürlich auch absolut eine Story, wenn wir jetzt das erste Mal in der Saison gewinnen, nachdem gerade eben erst der Rasen verlegt wurde. Oder halt ein neuer Rasen da ist. Das wäre natürlich auch eine Story. Für Gladbach, es würden die Punkte ein bisschen mehr eingeladen sein als für uns. Ich glaube, kann man sich die Punkte wirklich ernsthaft richtig einplanen oder von wegen, da muss man gewinnen oder muss man punkten. Man kann es, muss aber nicht. Gladbach vielleicht ein bisschen anders. Ich meine, wir sind ja auch nicht schlecht. Also ich glaube auch nicht, dass Gladbach da hinfährt und sagt, ja, easy, easy Sieg. Ganz einfache Nummer. Aber die wollen ja bestimmt auch den Anschluss an die ersten vier Plätze nicht verlieren. Es könnte auf jeden Fall, oder ich denke, es wird auf jeden Fall ein fußballerisch sehr ansprechendes Spiel werden. Freue mich schon drauf. Samstag auf 18.30 Uhr, sehr schönes Ding. Habe das Gefühl, dass das ähnlich sein könnte wie das Spiel gegen Leipzig. Man hält dagegen. Gladbach ist individuell immer noch etwas besser. Hat Berschei auch mehr Chancen. Wie gesagt, ähnlich wie Leipzig und wird dann irgendwie vom Ergebnis her knapp führen. Gegen Leipzig hätten wir auch schon höher hinterliegen können. Hättest du nicht einen Kobel in Weltklasseform gehabt. Nur diesmal habe ich irgendwie im Gefühl, kann mich auch wieder täuschen. Mich würde es auch nicht wundern, wenn das Spiel für so ein enges 1-2 mit 0-1 wird. Aber ich würde es mir einfach wünschen, nochmal den Schwung mitnehmen. Jetzt hast du ja zwei, drei Spiele nicht mehr gewonnen gehabt. Jetzt hast du wieder gewonnen auswärts. Nimmst du das Ding mal mit? Neuer Rasen. Kommt zu Hause auch nicht mal irgendwie punkten. Nur diesmal glaube ich, der VfB macht noch irgendwie einen Ausgleich. Das heißt, ein 1-1. Das war ich aber als Prognose ein 1-1 gemacht. Ausgleich-Chance hat man damals ja auch unter Antonia liegen lassen. Diesmal fällt irgendwie noch auf Zwang des Unschienen und Spielen. Unschienen gehen Gladbach zu Hause. Dann, wie diese aktuellen News sind ja auch einige dabei. Wie gesagt, mein Kommentar zum internen Machtkampf war ja hier auf der Webseite ja quasi auch so ein bisschen. Ich habe mir jetzt auch mal mit dazu, aber halt so ein bisschen untergeht. Weil halt nicht genau in diese Kategorisierung hier reinpasst. Mit Vorbericht und Nachbericht. Aber mir gefällt er. Ist glaube ich hörenswert. Dann, ne, typischer Transfer-Ticker jetzt. Haben wir ja noch Transferfenster offen bis zum 30. oder 31. Januar. Und halt natürlich auch die ganzen Vorverträge und schon irgendwelche Vorgerüchte für Sommer. Eins davon, VfB laut auf Sturmtalent Badogun von Arsenal. Das wäre natürlich ein Top, Top, Top-Transfer. Da hat er schon ein bisschen bei Arsenal Spielzeit bekommen. Das wäre ein Mördertransfer, denke ich. Ein bisschen hat er Connections zu Arsenal, war ja dort. Und scheinbar laut ein paar Quellen heißt es ja auch schon quasi, es bekommt ein nicht englischer Klub. Also ein ausländischer Klub ist nah dran, den als Vorvertrag im Sommer, weil da eben der Vertrag ausläuft, zu holen. Ist natürlich ein Top-Ding. Und du hättest direkt einen Ersatz für den möglichen Abgang von González, Silas, wem auch immer. Ich glaube kaum, dass du im Winter groß was abgeben wirst. Außer es kommt eine unmenschliche Summe. Aber im Sommer wird es schon, glaube ich, ein bisschen spannender. Leipzig hat Interesse an Mangala. Ja, gut. Mal gucken. Ich hoffe nicht, gerade irgendwie nicht zu Leipzig. Aber es hat auch ein Gerücht. Dortmund, Koulibaly als Sancho-Ersatz im Kopf. Auch wieder Sommer gedacht. Wäre natürlich auch ein Ding. Koulibaly einfach von 2. Liga nie gespielt zu Dortmund als Sancho-Ersatz. Das ist schon ein Sprung. Und dann Tottenham und Juventus sind für den Sommer an González interessiert. Da kommen eben genau schon diese Gerüchte. Und hier dann auch, wenn die Abgänge sind, möglich. Aber ich habe einen zugefügt bei extremen Ablösesummen. Mal gucken, ob da was passiert. Andere, kleinere Abgänge. Sowas wie vielleicht ein Klement, der mit Hannover ein bisschen in Verbindung gebracht wird. Aber irgendwie ja bei der Einwechslung so glücklich aussah. Also irgendwie, ich glaube, der hat doch noch ein bisschen Bock auf den VfB. Oder so Leute wie ein Avuccia oder sowas. Mal gucken, ob da irgendwas Kleineres passiert. Was man mal generell sagen muss. Wo immer davon ausgegangen, dass die auch mehr oder minder gut einschlagen. Die Jungs, die wir noch in der Hinterhand haben. Die anderen Talente. Wenn die auch so einschlagen, wie die, die wir gerade auf dem Platz haben. Dann haben wir ja auch schon gefühlt schon vorgesorgt für den nächsten Sommer. Da ist mir erst wieder aufgefallen, wie stark diese Kaderplanung sein könnte, wenn die alle einschlagen. González geht? Okay. Dann holst du möglicherweise Balogun. Musst du aber, doof gesagt nicht, wenn du nicht kriegst. Dann setzt du halt, ne, bisschen risky, klar. Dann setzt du halt den Sanko vorne rein. Holst den hoch. Dazu schießt er da unten auch alles in den Jugend, äh, im Jugendbereich quasi. Holst den hoch. Dann gibst du denen eine Chance. Mangala geht? Okay, hast du so schon ein bisschen Ersatz. Aber zum Beispiel auch Ahamada. Klar, noch nie gespielt, noch nie spielen sie in der ersten Mannschaft. Aber, ne, französisches Talente, Juve und so. Klingt ja schon mal nicht verkehrt. Fremdmissland hat man wieder das Beuteschema. Ist ja ausgeliegend, glaube ich, nur bis Sommer. Und dann haben wir, glaube ich, eine Millionen, zwei Kaufoptionen. Ich weiß nicht, wie der jetzt in VfB 2 genau performt. Aber den wird man, glaube ich, schon relativ sicher holen. Da ist er den ersten Ersatz. Koulibaly geht zu Dortmund. Okay. Hast du theoretisch auch Tommy und sowas. Oder auch ein Ecklauf oder sowas. Aber auch, wer gegen Freiburg kurz gespielt hat, danach verletzt war. Und jetzt, ich glaube ich, langsam wieder rantastet. Ist ja auch hier, äh, Momo Sissé. Auch temporeicher Flügelspieler, Franzose. Auch dritte Ersatz. Das ist sehr, 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 sehr stark, wenn das alles so, so aufgeht, wie es aktuell tut. Dann Kommando Cannstatt weit die Thomas Hitzesberger Allee ein. Ist auch ein wunderschönes Bild. Auch Hitzesberger mit, äh, wird von Daimler, als Marionette quasi dargestellt von Daimler. Also, das ist ein starkes Plakat. Kann man dazu seine Meinung haben. Gibt bestimmt noch einige, die quasi, jetzt doof gesagt, pro Hitz sind oder sowas. Aber die meisten stellen sich ja nicht unbedingt irgendwie Kontra-Hitz oder sowas, sondern eher Kontra-Vorgehen von Hitz und Kontra-Aktionen und so weiter. Und was soll denn das? Präsident, äh, Doppelbesetzung, Personalunion, Macht und so weiter, ne? Auch wieder ein schönes Ding von den Fans. Dann Silas, Vamukituka, Rookie auf der Mann für Dezember, einfach drei in Folge geholt. Klimovic, Silas, Silas. Und wenn man ehrlich ist, den allerersten hätte Silas auch bekommen. Oder war es Silas oder war es Kalajic? Ich glaube, es war Silas. Hätte er auch nochmal so bekommen. Hätte er halt nicht als Konkurrenz einen Shoot Bellingham von Dortmund gehabt, wo einfach nochmal die, die Macht von Dortmund ein bisschen höher ist, auch im Voting und so weiter. Da hätten wir wirklich vier, alle vier abgeräumt. Wahnsinn. Einfach Jugend, ne? Hier weitere Infos zum Machtkampf von der beantragten Satzungsänderung. Hat ja ein Mitglied oder auch ein bekannter, wenn man VfB hat Twitter folgt, Satzungsänderung eingereicht. Die meines Wissens, glaube ich, eben in diese Richtung geht, dass sowas nicht klappen kann, wie diese Personalunion, die dann Hitzesberger bilden könnte in Sachen Macht. Einfach immer wieder schön. Gibt da einige gute Artikel. Selbst sogar Nachrichten schreiben gerade ja auch gute Artikel. Oder Zeitungsverlag Weiblingen und sowas. Da kann ich wirklich gerade einiges Gutes durchlesen. Jetzt nochmal der Artikel hier als Beispiel mit der Satzungsänderung und eben auch mit der Aktualität. Und dann Ex-Präsident Dietrich, also sich negativ zu Hitzesbergers Vorhaben. Ist auch, ja, mutig. Hat ja nicht unbedingt Sympathien da, Dietrich. Wurde natürlich jetzt erstmal von der Bild interviewt, logisch. Von wem auch sonst. Ist aber halt Bild-Plus-Artikel, von dem her kann man da nicht so viel draus lesen, bevor nicht die ganzen anderen Zeitungen darüber was schreiben. Hier zum Beispiel auch wieder eine andere Zeitung darüber geschrieben hat. Hier eben die Weiblinger Zeitung. Ja. Stimme ich ja erstmal zu, dass es ein No-Go ist, wie Hitzesberger das hier gehandhabt hat bisher. Aus dem Mund von dem Dietrichs halt ein bisschen schwierig. Aber, der hat ihn ja damals reingeholt in die ganzen Positionen. War ja scheinbar auch recht dicke, was heißt dicke, aber recht gut mit Hitzesberger. Die beiden gegenseitig. Bleibt von ihm selbst so eine Aussage. Ja, also ich glaube, Hitzesberger macht sich, ist ja auch irgendwo, das haben wir ja glaube ich schon mitbekommen, nicht unbedingt die größten Freunde. Und dann war es wieder mit diesem Podcast. Wie gesagt, alle Links und so weiter, alles wieder da, wo es schon immer war, wo ihr schon immer finden konntet. Gucken, Samstag könnte echt ein sehr, sehr cooles Spiel werden gegen Gladbach. Vielleicht können wir es ja sogar am Ende erfolgreich gestalten, was für mich heißt, ein Punktgewinn ist auch schon erfolgreich gegen Gladbach. Sehr, sehr gespannt, wie in dem Fall ein cooles Spiel werden. Schönen Samstagabend, 18.30 Uhr, einfach auch wieder ein schönes Feeling. Und dann, bis zum nächsten Mal.